er hat zu dort gibt nicht an Jack Norris verkreifen das die nicht so ist Kamikaze und er hat durch Jack Norris und Pablo Kamikaze das gibt er noch den Witschiden bist du hinüber da bin ich Warte ich springe einfach mal rüber oder das ist das nicht hast du achten total ist man eine Torte der Eiffel was hab ich gemacht Ohr Mann für Däten zu narratoren und er wird ins Werkzeug wer bin ich und ich bin Kuhle das Stuttgart was du dich jetzt macht ich schickte es eine richtige Lieferung beschickt mir doch Hälbik an die Erzeugung sind an ist dies ziel die mussten du musst du steuern und er hat die Erlösung für Toreau fliegt und ich nicht weg nein Armin statt es war einfach alles geplant Prozent Prozent immer ist es schadet du glaubst ich mach Blödsinn aber es sei es geplant und er ist die erste Auslösung fast tot und noch einen Pixel leben ein HAPI und ich will sie verwendet die Tade ist er hat mit dem Selbstmann ich hätte ein Punkt in Marien um dann wäre ich Prozent Prozent der Ebenen ist die Berge hat Goldbrot ich habe Jack Norris jetzt sind die stärksten Typen aus einem Mutti-Basen in meinem Team aber ich habe einen Rat zu achten und legt sich mal mit dem so der Jack Norris der der scherzliche Mix der tötet den Weg am Ende die Sie mir klar war den Käse und der bitte der Käse Alter das ist so wie der so wie die mich hält ich glaube das ist so wie die Bananenbombe wir gehen ja alle drauf ich bin nicht dumm ich weiß es ist ja immerhin was die Wurst und jetzt er wird getätigt mal sagt sieg nur es kann nicht drauf gehen aus der Welt O.O. A.H. also dass ich er nicht ganz so das ist sie für die Führung der Ditzel aber du bist auch verließe jede Runde schade akku akku Schauen wir mal was wir hier haben was hab ich hier eigentlich für Luftschläge oder ich schick dir auch eine Lade komm wo ist meine Ladung oder meine Lieferung Na 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 in die Ladeluke und nicht auf King Kammertode das ist mein Feinster und die Mine oder ja das war wohl nix Slowpoke wirklich nicht auf ich schickte jetzt einen Luftangriff und das ist wirklich mies als sie das wirklich die die größten Taktik also nein das muss ich nicht sein der Kassel ja es kann passieren ich konnte hätten um die an der Haare auch wie viel verliert da? 44 so Naruto komm schon Naruto Frank wird jetzt Titelis ja Kamikaze das ist sehr sinnig nach Kamikaze durch Megaman X und Jack Norris dann bist du ein Held Naruto ok ich meine Sachen das ist eine Ninja Taktik das ist das ist sie ist so Maratow Charler Hitcher dafür die Ziele Pelle Moment aber zuerst schnapp ich mit diese Lebensbox ja was haben wir hier Taktik Unterzug das mit der Lebensbox ich werfte jetzt eine Torte ins Gesicht hier kommt die Tortenschlacht das setzt sich der Nieder auf dem Lord Fader nein Lord Vader ist gestorben er hat sich die Sünde gut bei der Röder der Dichte der Team nichts zu melden das heißt ja ich mache es auch gut du das kannst ich kann ich das schon lange inzwischen zu schützen der Arme Matt gibt es in der Arme Matt gibt es weil ich hoffe der fliegt es nicht ins Wasser jetzt liegt den Sog der Tiefe Jopp Götter so hier ist wieder um Goldie mit dem Köln jetzt auch mit dem Scharfschützen gewährlich Beckenuktuben A habe ich ja das ist ein Schild doch erwischt das wird doch wohl schießen ich kann mich nicht bewegen er hat das Schieße kommt so ein bisschen so gut dass sie es hat der Richter kommt Schiste die Krone vom Kopf du kannst es okay es ist um die Scherde eigentlich alles aber auch zwei jahre damit Barbel das ist übrigens nicht wirklich ich weiß das Ding zu Barbel und so ich habe einfach mal worauf geht es nicht mann und worauf hätte ich nicht mehr aus mir haben wir auf den Ex-Burz das war es mit einem Pablo oder noch als die Rügel er hat die der Stadte Tietje kommt jetzt die Mariner als so wirst du hier ist er verwendet wird immer das die Marie in Zürich ist die Stürze hier schon eingegraben mit einem so Akku Akku der wird einfach der wird von der Marine beschlagnahmt Nein lass mal eine Maske er kommt schon noch Achtung Nein und der auch noch oder auch nicht Oh der lebt noch Auuu Dude come on Dude Das Wasser ist elendlich Ja da rufe ich auch die Marine Das trifft jetzt aber auch den Vici Ah der Vici ist mir doch wurscht Der ist der Vici egal He 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 sehr gut sehr gut Oje Kind Samator Schauen wir mal He 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 was ist passiert Uhhh Dörter Ach der goldige Rotcher hat gerade noch wie so überlebt So Habe ich keinen Kuchen mehr Nein Nein Der Kuchen wurde aufgegessen Was ist das? Verführen Aha Da kannst du mich anlocken oder so Was machen wir Ich werfe jetzt eine Granate da hinein Zum Vici Ich fang's auf und werf's zurück ok Zum Vici Was haben wir da wo? Ja Schießt noch mal We here Teleporter Birdy Weehhh Weehh 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 Let's deal it Ich bin Ich bin doch kein Pro-Gameer mit gemeint ich bin ein Pro-Gameer Er meint Liebeses sagt Nein Seitens und Ninja-Sail-Akobatik noch zeigen das fehlt jetzt noch in den nächsten Pro-Gameer-Match Wie wenn ich das kann oder was Das ist nicht so schwer wie alle denken Da passt nicht durch das zu fetter Ja du bist auch lustig Ja ich weiß ich bin sehr lustig hm Ach geh bitte Ich hab ganz vergessen dass ich den hab Dass es den noch gibt Ja aber den gibt's nicht mehr Aha Ja ich weiß sie Ich küsse dich jetzt Tamatur Ha ich hab den Piratenkönig erledigt weißt du was er jetzt gesagt hat Was Ihr wollt meinen Schatz Den könnt ihr haben Den könnt ihr haben Sucht ihn Irgendwo hab ich den größten Schatz der Welt versteckt Immer den Wolken hinterher Einer Legende auf der Spur Für den Weg dich über das Meer Wirst das Totenschön Da tut was man vermutet Ha 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 Da kann ich das nicht wiederbelebt Da musst du zu einem Dragon Ball hin und danke zu sagen Aha Ich bin aber keinem Dragon Ball Das ist das Problem Was mach ich nur Was mach ich nur was mach ich nur Du wirst jetzt haben wir haben beide nur noch Nicht mit viel Wo kann ich den Händen wie so ist das Wo ist der Brudy Der Brudy ich glaub ich weiß auch nicht was er macht Wo ist meine Maus Ziel zu verkaufen Okay Ja Schick ein Brudy Anerdeholt dich ab Wo wohl glaube ich Achso ich hab doch das ist Informs der Brudy aber irgendwie zu dir fliegen Und dich dann umbringen Okay let's do this Informs 3D gab es auch einen Clip mit dem Brudy Und wie das nicht explodiert sind So Erkert oder Hilfe was habe ich noch Das habe ich nur zu verlieren Das haben wir da Mößen Sie haben Mößen Was muss Also die Biene ist in dem Fall als A Oh das war nicht zu ganz wichtig Es gibt einen Blitzkrieg